Wie weit sind wir entfernt von einer Welt, in der man nicht mehr über Gott belehrt zu werden braucht, weil er anwesend ist in uns selbst? Es ist die Behauptung aufgestellt worden, dass unser Jahrhundert durch ein ganz neues Phänomen gekennzeichnet werde, durch das Auftreten der Gottunfähigkeit des Menschen. Durch die gesellschaftliche und geistige Entwicklung sei es dahin gekommen, dass ich ein Menschentyp herausgebildet habe, bei dem gar kein Ansatzpunkt für die Erkenntnis Gottes mehr bestehe. Mag das nun zutreffen oder nicht, wir werden zugeben müssen, dass die Ferne Gottes, das Dunkel und die Fragwürdigkeit um ihn heute tiefer ist denn je zuvor. Ja, dass wir selbst, die wir uns mühen, Gläubige zu sein, auf das Empfinden haben, als würde die Wirklichkeit Gottes uns unter den Händen weggezogen. Oder fangen wir nicht selbst oft an zu fragen, wo bleibt er denn in all dem Schweigen dieser Welt? Haben wir nicht selbst oft das Gefühl, dass wir am Ende allen Nachdenkens nur Worte in den Händen haben, während die Wirklichkeit Gottes ferner ist als je zuvor? So Josef Ratzinger schon vor etlichen Jahren. Besser geworden, liebe Schwestern und Brüder, ist das nicht. Eher im Gegenteil. Aber am heutigen Tag könnten wir auch fragen, ist nicht das, was Josef Ratzinger vor Jahrzehnten schon festgestellt hat, auch eine Beschreibung etwa der Pfarrei von Ares, jenes winzigen Dorfes, von dem es hieß, da glaubt kein Mensch mehr. Das ist so ähnlich wie bei uns heute. Da glaubt kein Mensch mehr. Was ist zu tun? Es gibt dafür unterschiedliche Rezepte. Wir können im Moment, das kann man auf allen offiziellen Seiten der Bistümer lesen, dass es interessante Unternehmungen gibt, gerade in der deutschen Kirche. Es werden ganze Gruppen ausgesandt, die einen nach Südafrika, die anderen auf die Philippinen, die anderen zur anglikanischen Kirche, nach England. Überall gibt es Ideen. Leider gibt es ja hier keine. Und natürlich mag man sich fragen, ob das, was man in Kapstadt und in Manila tut, auch dann hier in Burbach zum Beispiel, ein richtiges Rezept ist. Oder wenn die Anglikaner hinten in ihrer Kirche ein Gebäude einziehen und dort eine psychologische Beratungsstelle und Nachhilfeunterricht geben. Ob das für uns, das wird sicher nahe am erfinden. Aber ob es das Richtige ist angesichts der empfundenen Gottfernung, das ist die Frage. Jener ganz schlichte Mann, der sich in diesen gottlosen Flecken von Ars aufgemacht hat, ist einen anderen Weg gegangen. Er hat gar nicht die Möglichkeiten gehabt, geschweige denn das Geld zu solchen Unternehmungen. Er war einer, der Gott ernst genommen hat und auch mit ihm gerungen hat. Denn diese Situation, in die er hineingestellt war, ausgehalten hat, obwohl er, auch das gehört zur ganzen Geschichte des Pfarrers von Ars, dreimal weggelaufen ist. Flüchten wollte. Einmal ist es ihm gelungen. Mehrfach haben ihn Unwetter abgehalten oder die Leute haben ihn zurückgezerrt irgendwann. Nein, sich auf diese Situation einzulassen, wie sie ist, auch die empfundene Gottferne, ist nicht einfach, ist sehr schwierig. Aber haben wir gar nichts in den Händen? Johannes Maria Vierney hatte noch nicht mal eine gute Ausbildung. Das ist ja bei den jungen Herren heute anders, hoffen wir mal. Die haben ein Studium, die haben alle möglichen Tricks drauf, die sind durch sämtliche soziologischen und psychologischen Interventionen hindurchgeschleust worden. Die sind also richtig fit, aber sie fahren trotzdem, müssen sie nach Manila oder nach Kapstadt, um Ideen zu haben. Schade. Was hat Johannes Maria Vierney gehabt? Er hat etwas gelernt. Er, der noch nicht einmal zur Schule gehen konnte. Wir müssen uns vor Augen führen, es ist die Zeit der französischen Revolution, gerade des Umbruchs. Als er dann Priester wurde, ist gerade Napoleon in Waterloo gescheitert. Das ist die geschichtliche Situation, die wir uns ganz kurz vor Augen rufen müssen. Priester waren gezwungen, auf die französische Verfassung der Revolution einen Eid abzulegen. Wer das nicht tat, wurde verfolgt und wegen die Vernunft hat gesiegt. Er ist Priestern begegnet, die diesen Eid verweigert haben. Es mussten Menschen draußen vor der Scheune mit der Schrotflinte stehen, damit er seine Erstkommunion empfangen konnte. Bei einem Priester, der diesen Eid verweigert hat. Er konnte gar nicht zur Schule gehen. Er konnte sich auch irgendwie nichts gut merken. Wir würden nicht unbedingt vom Drama des begabten Kindes sprechen, angesichts des kleinen Johannes Maria. Aber er hat einen gefunden. In dieser gottlosen Situation, in dieser Umbruchssituation, in der offenbar die Kirche quasi zu Ende ist in Frankreich, findet er einen, der sein Kloster verlassen musste. Einen Bendiktiner aus Paris, der sich als Landpfarrer durchgeschlagen hat. Ein hochgebildeter Mann, der erkennt in diesem Jungen, dass etwas in ihm steckt, das jenseits ist von intellektueller Bildung. Dass er ein Gott nahe ist. Dass er Potenzial hat. Nicht in dem, was man ihm alles in Lateinisch oder sonst irgendwie beibringen kann. Sondern, dass er eine fromme Seele ist. Und dieser Mann fördert ihn, begleitet ihn gegen alle Widerstände bis zum Priestertum. Und nimmt ihn dann als Kaplan zu sich, weil ihn keiner haben will. 30 Monate später ist er tot. Und dann ist er auf sich allein gestellt und sein Kampf geht weiter. Was hat er? Er hat das Gleiche, das wir heute auch hätten, muss man fast sagen. Er hat das Gebet, das er sehr ernst nimmt. Er hat die Zuwendung zu Christus im Sakramente Eucharistie besonders tief. Er hat einen Blick für die Menschen, gerade für die Verloren, die zuerst nichts von ihm wissen wollen und dann doch in Strömen, in Scharen zu ihm kommen. Und er hat die Auseinandersetzung mit dem Fürsten der Finsternis, der ihn jede Nacht behelligt oder, man muss sagen, sein Dasein verfinstert. Der ihm zusetzt. Der ihm so zusetzt, dass er am Ende seines Lebens, als er die Augen schließt, vollkommen ausgezehrt ist. Aber dieser gottlose Flecken hat plötzlich ein Gespür gefunden für Gott und zeigt es in der Umkehr, zeigt es in der Hinwendung zu Gott, wird zu einem der fruchtbarsten Gegenden Frankreichs, die wieder glauben. Wenn wir das lesen, dann tun wir das manchmal ab wie ein Märchen aus uralten Zeiten. Nein, aber es ist eine Wirklichkeit. Noch gar nicht so ewig lange her, liebe Schwestern und Brüder. Und das sollte heute nicht möglich sein. Ich weiß von dieser Heiligkeit dieses Mannes, von dem, was ihm möglich war, sich Gott zu öffnen, gerade durch seine harte Askese, durch seine Buße, durch seine Frömmigkeit. Davon sind wir Priester oder ich persönlich leider Lichtjahre entfernt. Aber wäre es nicht ein erster Schritt, dass wir anfangen, unter der beschriebenen Situation, unter dieser Gottlosigkeit zu leiden, wirklich zu leiden, dass es wehtut, dass wir dieses Leiden auf uns nehmen und dass wir es nicht schönreden, nicht verzieren mit irgendwelchen blödsinnigen Ideen aus anderen Ländern, die viel Geld kosten. Dass wir anfangen, uns die Wirklichkeit nicht länger schönzureden, sondern sie akzeptieren, wie sie ist. Gottlosigkeit, die uns umgibt, bis in die Kirche hinein. Worüber reden wir? Wer glaubt? Und wer glaubt was? Der Aufbau, liebe Schwestern und Brüder, beginnt mit jedem Leiden, für das der Pfarrer von Ares jahrelang steht. Er braucht Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, um überhaupt irgendeinen kleinen Erfolg zu sehen, irgendeine kleine Saat, die aufgeht. Das, in Verbindung mit Buße und Gebet, wäre ein Beginn. Ein Beginn, der heute möglich ist, heute wie damals. Das, in Verbindung mit Buße und Gebet. Das, in Verbindung mit Buße und Gebet. Das, in Verbindung mit Buße und Gebet.